Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunogaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Slither I.O. Und ich drücke hier direkt auf Spielen und wir legen los mit dem Video. Ah, es geht los, perfekt. Ich sag nichts dazu. So, ich bin jetzt gestorben, aber macht nichts. Ich mache jetzt hier mal so ein Regenbogen-Ding. Ich drücke hier einfach alles an. So. Zack. Gehe jetzt hier einmal das hier durch. Okay. Jetzt haben wir einfach diese Schlange. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Die ist einfach alles. Okay. So, wir versuchen heute mal auf Top 10 zu kommen. Ähm, ja. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Oder selber sterben, so wie hier. Okay, das war schlecht. Wir gehen nochmal neu rein. Okay, 4000 ist die Länge, um Top 10 zu werden. Mann. Bitte bleib hier auf dem Server. Ah ja, ich glaube, ich bin noch auf dem. Okay, wir müssen mehr in die Mitte. Das ist gut. Und wir sollten auf kleinere gehen, nicht auf diese großen, wie ihr gerade gesehen habt. Denn dann passiert das, was gerade schon in der 2 passiert. Warte mal, ich seht ihr, der Rand. Oh ne, das ist eine Snail deswegen. So. wir müssen irgendwie wie kommen wir am besten schneller nein die hat mich so hoch genommen jetzt schon kein bock mehr nein egal passt schon und jetzt gibt es ja ein für 5000 ey dieses blöde Viech Mann wieso blödes Kackding ok nochmal so jetzt mal hier die Kettel von der Schlange da ok so so yo der hat das einfach gekriegt wie kacke geh weg boah war das knapp alter ok zack 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 so kommen wir halt nicht auf die 4000 da oben was war das alter ich wäre eigentlich tot aber bin doch nicht tot ich bin hier komplett in der Mitte ich muss hier auf jeden Fall weg bitte lasst mich hier alle in Frieden ich habe euch nichts gedrohen so wie die alle auf mich geiern Junge was wollt die von mir ja ok jetzt auf jetzt ok was war das denn was war das denn ja ok ich bin zu gierig ich merk's so ok ok komm her orangene Schlange oder was auch immer du sagst yo ok meins 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 und ich bin gefangen ich bin doch nicht gefangen ok wir sind aber gleich auch wieder 1000 groß das ist doch schon mal gut ok kein bock jetzt dieses ding hinterher zu rennen so so ich weiß jetzt gerade nicht warum die Codierung überlassen ist aber egal ich sage nichts dazu Junge das kann doch nicht sein dass sie gegen mich nicht fahren Junge ich mach das doch so gut ok ok so jetzt haben wir hier mal wieder alles ein zack 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 also warum ist denn jetzt hier auf einmal niemand jetzt bin ich gekommen mit alleine oder was ähm ok bin wieder da mein Bild hat sich einfach kurz weggedings endlich endlich ok habe ich das habe ich natürlich nicht mein Essen ok 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 wir müssen irgendwie probieren auf top 10 zu kommen und Leute ich würde sagen das wird auch heute nichts mehr deswegen wenn ich das Video wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like und einen Kommentar da schaut außerdem in meinem Discord vorbei der ist in der Videobeschreibung verlinkt aktiviert die Glocke damit ihr keinen Film mehr verpasst ab und drauf auf den Tag haut rein Leute euer Stumble Ciao